Was ist die Arbeit? Die Arbeit ist natürlich einiges weniger als früher. Ich bin früher, wenn ich es recht gemacht habe, zehn Stunden im Stall gestanden. Und das sieben Tage in der Woche. Und jetzt bin ich fünf Stunden, fünfeinhalb Stunden im Stall und das vier, viereinhalb Tage in der Woche. Das ist ein Unterschied. Und dann natürlich auch die Gebäudeküsten. Man baut in einer so Grösse gegenüber dem Alleingang ein Drittel billiger. Und kann eben schon Einrichtungen machen, die man selber nicht vermag, wenn man kleine Strukturen baut.